Magista Magista der Allwissenschaft. Warum schmeckt eigentlich die japanischen Mayonnaise so viel besser? Also, gut, dass du fragst. Also, das kann ich dir nämlich erklären. Denn in der japanischen Mayonnaise, da ist mehr Eigelb drin und ein milderer Reisessig. Und das ist so, weil Japan früher eine Handelsstadt war und sich deswegen Gewürze leisten konnte.